Ich setz mich damit nicht auseinander. Setz dich da drauf. Nehmt ihr schon auf? Ja, wir nehmen schon auf. Ja, geil. Ja, das ist das Intro. Hallo, wir machen heute... Was machen wir heute? Wir wissen es nicht, weil Nick hat irgendwas vorbereitet. Er hat gesagt, setzt euch mal hin, macht mal was. Er hat uns gefragt, ist ja alles klar. Wir haben gesagt, es ist alles klar und sag mal, was machen wir heute hier? Wie viel geht's euch denn? Ja. Alles klar. Ich glaub, ich muss kacken. Ich hab mir mal überlegt, ein Spiel zu spielen. Das haben wir mal schon mal gespielt bei den Community-Games. Stranded Deep. Stranded Deep. Tar Cry. Richtig. Nein. Doch. Immer wieder diesen... Til Schweiger, verdammte Scheiße! Und ich hatte eines Nachts, so 3 Uhr nachts Langeweile. Es war tief am Regnen, sehr, sehr stürmisch draußen kalt. Der Til ist alle gegangen. Und du musst dich irgendwas natürlich machen. Ja. Also hab ich mich an den Rechner gesetzt und auch Paint eingeschmissen. Ich hab es getan! Paint. Bestes Programm. Paint. Du zeigst ja nicht. Paint. Du solltest meine Ausstellung mit deinen Meisterwerken machen. Dankeschön. Ich hab mir auch wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben. Hast du wieder Spielthemen oder alles mögliche? Es sind Spiele. Spiele. Spiele sind es. Okay. Und, ähm, ja, es werden neun Bilder sein. Das heißt Best of Nine, wer als erstes 5 hat gewonnen. Also wir müssen ihr erraten. Wir müssen ihr erraten. Ich werde trotzdem alle durch zeigen, weil diese Kunstwerke dürften nicht in Vergessenheit geraten. Alles klar. Gut. Seid ihr bereit? Ja. Wunderbar. Dann geht's los mit der nächsten Paint Challenge. Auf drei. Eins, zwei, drei. Counter Strike. Metal Gear Solid. Richtig. Ah stimmt. Erster Punkt für meine Katze. Wir haben so voll das Brain Lag. Alles klar. Alles klar. Bereit für den nächsten? Okay, ich bin mal rein. Seid ihr bereit? Nummer zwei. Superhero, super... Wie heißt das denn nochmal? Weißt du, was ich meine? Nein. HW Hit... Hitler... Hitler... Ist schon mal gar nicht so schlecht, oder? Ähm... Captain America. Das ist ein Wirbelsturm. Aber wie heißt das nochmal? Justice League. Justice Allian Ultima. Nicht das, was ich meine. Fass ruhig mal die Dinger, die ihr seht, zusammenzubringen. Den Titel. Hooperman. Nein. Weil es den H. Hooperman Sturm. Was seht ihr da? Das ist ein Hooper. Hero? Heroes of the Sturm! Richtig. Aaaaaaah. Okay. Aaaaah. 1-1. Oh, wie dumm wir sind. HOPE CHULI! Oh man, wie geht das los? Ja, das hab ich mal zweifache Fadebilder. Das ist genau wie mit dem StarCraft. Mit dem Bizeps und dem Newtonstern. Genau, genau, genau. Ist klar. I'm in. I'm totally in. 1-1. Drei Bilder hab ich gezeigt. Okay. Jetzt kommt Bild Nummer drei. Halo. Ninja Turtles. Richtig, Halo ist richtig. Wortnamen. Wie kommst du denn auf Ninja Turtles? Weil das ist grün und die haben so ein Bändchen im Kopf. Da liegt ein Ding ins. Wie heißt der? Der Master Chief. Richtig. Ja, genau. Der, der Hallo macht. Ja, Hallo. Vielleicht heißt der auch Raffaello. Ja, okay, gut. Auf die Störche hab ich nicht so gesehen. Ich hab mich eher an dem... Ja? Warum winkt der denn hier? Ich hab Angst, dass ich voll verlieren werde, ne? Dreh mal schneller um. Der sieht das immer als erstes. Nein, ich seh gar nix. Wirklich nicht. Okay, und... Batman. Äh... Arkham Knight. Richtig. Ohhhh. Aber warum Prison? Das Arkham Knight läuft. Arkham ist heil im Arkham. Ah ja, stimmt. Ja, ja. 2-2. Ja, normal. Ausgeglichen. Okay. Spannend diesmal schon. Ja, ist gut, ist gut. Ja. Ich werde gewinnen. Kommen wir zu Bild Nomo Aero. Ähm. Äh... Äh... Ja. Äh... Error. Okay. Super Mario! Ich war zuerst! Ich war zuerst! Wer war als erstes? Ah nein! Manu? Ja, Manu war als erstes. Alles klar! 3-2! Scheiße ey! Kackfrosch hier! Geht's noch? Ja. Alles klar bei dir? Alles klar. Wieviel? 2-3! Gebt mir dir mal was. Alles klar ey! Da sitzt übrigens noch ein Vierter dahinter. Der legt dir schon den ganzen Tag auf. Ein Vierter. Ich hab mal kurz eine Zwischenfrage. Wieviel würdet ihr eigentlich für mein Gemälde zahlen? Tausenden. Alles. Ist das jetzt so ne... So ne... Pfannfrage? Oder meinst du das ernst? Ja! Du musst ja irgendwie Geld rein holen. SHUT UP AND TAKE MY MONEY! Verkauft für den Ernst links! Gut! Es steht 3-2! Okay! Bild Nummer 6! Warst du nicht bereit? Kommt jetzt! Hä? Need for Speed? Time for Speed! Ist das eine Vase oder sind das zwei Gesichter? Was erkennst du da drauf? Ein Schmetterling erkenne ich. Ne warte mal! Ein Auto? Habt ihr was gegen meine Pen-Künstler oder was? GTA? Nein! Das kann ich... Ich hab das überhaupt nicht. Time for Run? Time for Speed? Fast Speed? Need for Speed? Split Second! Split Second richtig! Ah! Okay! Hier sieht man doch ganz klar ein gebrochener Bildschirm und da ist ein uhrerwigen Sekunde und oben ist ein astreines Auto. Oh tschule! Wenn ich das letzte Mal nicht gespielt hätte... Ehrlich wünscht sich das auch nicht. Ich war die ganze Zeit überlegen ob ich sage... Das ist ja echt unterste Schublade. Kommen wir... ...zu Bild... ...Nummer... ...Sieben. Einfach. Schnell umdrehen bevor der das als erstes sieht. Bereit? Ja, los! Bereit und komm! FIFA! Nein! Jaaaa! Hahahaha! Ich hab nur mal FIFA... Hahaha! Ich hab nur was grün gesehen und nicht auf die Autos kam. Mit Rakete! Im neuen FIFA 16 könnt ihr ja in Game News Episode... ...könnt ihr Raketen schießen und mit Autos über Spielfeld Spielewaffe fahren. Hopp ich so los. Mit Opossums. 3 zu 4 für Buddy! Scheiße! Ahhhhh! Alles klar! Alles klar und sonst so? Ok! Das nächste Film kommt jetzt! Oh ok! Es fehlt nur mal 8! Sind die bereit? Ja! Los! Leute! Ja! 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 Jagajaj!!! Ich trage irgendwie von den Fasszaukeln...? 3 zu 5 für Buhhadi. Ja, Gratulation. Aber ihr wollt vollständiger... äh vollständiger ... Warte, warte. Warte, warte. Wenn du das Bild jetzt als erste errätst ... ... dann bitte ich dir ... ... Ladies stand an. das nächste bild ist übrigens nicht von mir das nicht von dir das nächste bild ist von dem guten shadow man also schon okay und das nächste bild ist hat nichts mit einem spiel zu tun haben wir so eine grobe richtung und geht oder gar nicht herausfindet was es sich auf dem bild handelt das bild darstellen von spaß bitte schickt uns auch bilder bild nummer neun zwei punkte gibt dieser kommt jetzt von das bild dorn das ist das ein känguru und fuchs dem haben sich der wüste das ist es vielleicht ist es vielleicht freundschaft warme freundschaft in der wüste liebe liebe die liebe zum tier heißt das nekromantie oder so ja das wollte ich sagen ja okay okay es handelt sich um einen film kugel agli kojot love kangaroo jack den habe ich jetzt voll gut es handelt sich um film vom das bilder der sagt klar kangaroo bill oder boxing oder so was okay okay es ist ein klassiker der mit dem wolf tanzt mit kevin kostner bitch stimmt ja auch warum habe ich das gesagt der entscheidende tipp kam hier von mero markas hat ihn aufgegriffen der mit dem wolf tanzen ist richtig dankeschön chairman für die erste bildung geil ich tanze auch mal mit dem wolf wenn ich einen habe zwischen dem bein okay ja in dem sinne ja dankeschön nick für die tolle challenge kein problem wenn ihr mehr von so einer scheiße sehen wollt oder wenn ihr selber mal paint bilder malen wollt und wir müssen erraten dann schickt ihr uns einfach zu und wir machen die an die adresse wie heißt deine e-mail-adresse die wir benutzen können nick peters at hotmail.de ist unten in der video beschreibung liebe freunde wir freuen uns auf eurer einsendung genau schreibt mal ein paar kommentare ob euch das gefallen hat ob wir das weiter machen sollen oder nicht oder wie auch immer und alles klar tschüss der sagt wir sollen euch sagen wenn euch das gefallen hat daumen nach oben ihr könnt den kanal abonnieren damit er nicht mehr verpasst war das richtig richtig geil hier ist und wird und so und so was und ihr habt damit steuervorteile ihr könnt das von der steuer absintheit ja tschüss den strom den strom abonnieren nicht vergessen habe ich doch gesagt habe ich doch gesagt alles klar alles klar klar